zum beispiel hier das ist überhaupt nicht so wild jetzt warten dass man sich die wachsende soll dann sieht nicht so geil aus okay wir sitzen hier im konto aus ja du lager voll hier mal gut also einer kommen wir hier her und hier aufsteigen steigt auf die pferde ja natürlich pferde aber ja so viel ist es noch nicht okay aber du hast mal die truppen schon das ist sehr gut dann kommt immer hierher ihr kommt auch her wo erst mal nicht das ist wir probieren er stellt sich mit der flagge hoch daher eiler verkaufserlöse was ich überhaupt endlich neue einheiten sind schiffsreparatur beendet okay so nein du nicht alter du bleibst hier so alles klar so jetzt mal sechs kann man ihre mehr können uns gerade nicht leisten unsere heereskosten die kosten so viel kohle ihr wollt ihr drauf drauf los jetzt mal die flagge schön ok gut wunderhübsch so dann bauen wir mal ja ihr müsst natürlich alle was ich sagen wollte genau wie wochen zu kommen ich wusste doch dass ich mich auf dich verlassen kann mein freund ok ja ihr könnt euch schon gleich ja top check alles klar gut es brennt schon wieder warum habe ich jetzt hier so einen blöden klotz als im auszeiger alle geht er nun wieder weg gesichert seht ihr denn überhaupt voll madig jetzt kann ich einen aufnahmestopp auflegen einlegen wie es den blöden mauszeiger leute ich habe gedacht es geht wieder aber ja gut also kleine aufnahmestopp bis gleich so oder wenn ich wieder ja ja das habe ich jetzt nicht ganz verstanden was hier abging ich muss gerade die virtuellen Maschinen runterfahren und wieder neu starten weil auch der Neustart vom Spiel hat es nicht gebracht also irgendwie ein bisschen seltsam das ganze ähm na gut ach so ja genau wir wollen natürlich das Spiel laden Monopol sorry dass ich jetzt speichern musste und das Neustart äh neul und spielen neu starten musste weil natürlich jetzt äh und so verkaufslöse einkaufskosten aber die haben die waren sogar die verkaufslöse waren sogar höher also habe ich mich ja eher benachteiligt damit also ich finde es ist okay gut war da 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 wo wo waren wir stehen geblieben das habe ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht und unsere Taler gehen nach unten unsere Räuchbilanz schade 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 genau ich habe ein Schiff mit Tabak an Bord geschickt zu Rot dass wir ein bisschen Geldzeug verkaufen können dass wir unser kostspieliges Heer finanzieren können ja genau Alkohol brauchen wir okay dann passt es hier eigentlich mit den Leuten die sich hier entwickeln das ist in Ordnung und dann haben wir nicht auch wieder eine positive Bilanz ein Konkurrent baut seine Städte aus wer acht ausbauen zu tun das ist auch ganz gut sowas sind hier ausgebaut ja ja du schön für dich dass du hier ausbaust haben wir mit den Klinchen ja sind wir die gut leisten gut dass wir nicht so viel Geld haben na gut ach so sehen wir nicht was er will wir haben hier doch auf ey wie so viel im Pferd die Hinsen so blöd tut du bist ein Depp so ein bisschen tabak verkauft oder werden nuller bilanz gut dann noch mal hier am besten ein dingens wie er ist war immer dieses scheiß brennen zeug nachfolge tabak fragt danach so hier condor und hier aufs schiffladen und dann geht es mal los kumpel verkauft das zeug mal eifrig ja wie sieht es aus feuerwehr ist kein bock ja gut dein problem ist dass du da nicht hinkommst ist richtig jetzt kommt schon mal hin schade gut dass das haus kaputt gegangen ist echt gut ein klassiker ja immer sagen noch mal hier fett rabatt oder wer von dem gleiche heilt wenn ich auch kakao kakao wenn ich aber der produziert kakao der produziert fragt der kakao nein aber er produziert der kakao die sind alle noch nicht so weit dass man kakao kaufen können ach komm es aber dich mache ich jetzt fertig keine barmen so wir haben hier einmal truppen und zweimal truppen ja ja das reicht das kriegen wir rum euer konkurrent hat ein neues schiff gebaut vor allem weil die das so schön da hier so stehen bereit zum kaputt machen und dem geht es auch nicht wirklich gut da ist nämlich auch gerade was direkt uns fehlt natürlich jetzt leider ein schiff ein bisschen was geladen hat ok steht so ganz gut rum aber immer jetzt mal die weiße flagge fast und beraten schiffe kommen so und du kumpel ein letztes mal ein bisschen was auf dass wir gleich am besten ein konto hinstellen können das ist nämlich sehr wichtig dass wir die insel nämlich schnell und mit wenig verlusten übernehmen können die gebaut weil es ja weiß wie sieht es so aus doch der sportlich können sich auch sparen weil die sind nämlich eh bald kaputt so ich würde sagen wir greifen erstmal das schiffchen ja das wäre auf jeden fall weil die see macht ein bisschen uns krallen von weiß hat die sakratte uns jetzt gerade wieder drei kamen ihre geklaut das gibt es ja gar nicht das ist so unfassbar das ist so unfassbar ich hasse es so ich meine warum klauen die uns truppen was soll der schmarrn ach so du greifst uns hier an ich bin voll vergessen so und dann machen wir mal seine flotte ein bisschen kaputt eines wer wird angegriffen ach schon lang vorbei so wir locken wir mal ein bisschen weg vom turm den mag ich nämlich gar nicht den scheiß turm euer konkurrent hat ein neues schiff gebaut ah der ist zu schnell ah Hilfe das ist wieder schneller der feind ist in euer reich einget... so so hä wo eigentlich ha du trottel so ein scheiß aber auch ach man neue einheiten sind bereits das schiff ich kenne gar keinen neuen markplatz bauen nicht so geil das soll man auf keinen fall verlieren weil da so viel kakao ist gut dass du die bäume klappt kaputt marsch hier und so zunächst nicht gesund ja dann machen wir dich mal platt hier ok und zurück aufs schiff kumpel zurück aufs schiff zurück aufs schiff kumpel zurück aufs schiff so und wer greift mich hier an ach komm schon hau halt ab muss echt nicht sein oder neue einheiten sind bereit so dann kommt erstmal hier rüber der konkurrent erweitert seine flotte schiff nach jungen das war still überfällt eure ländereien kumpel warte 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 so wurde angegriffen aber ich darf kommt auch hier hin schiffsreparatur beendet ok dann machst du mal deine handelsroute fertig aber leider tun ist kaputt gegangen nicht so gut ah jetzt ist schon wieder der scheiß mauszeiger da ach jetzt ist es mir echt egal oh ist ein schiff untergegangen von meinem aber bald wenn es so weitergeht er dreht ab wichtig sehr wichtig gut der turm hat sein bestes getan alles klar gut und ihr geht euch jetzt mal reparieren und du letzt mal hier auf ein schiff wurde repariert neue einheiten sind bereits sehr gut kommt dann mal hier drauf der konkurrent erweitert seine flotte ja schon gedacht dass er das macht schiff's reparature beendet okay